Vor einer guten Stunde kam das Eingeständnis des deutschen Außenministers zu Afghanistan. Es gäbe nichts zu beschönigen. Wir alle, die Bundesregierung, die Nachrichtendienste und die internationale Gemeinschaft, haben die Lage falsch eingeschätzt, sagt Heiko Maas. Viel schneller als erwartet haben die radikal-islamischen Taliban die Macht im Land zurückerobert. In der Hauptstadt Kabul haben sie den Präsidentenpalast besetzt. Demonstrativ rollen sie die afghanische Flagge zusammen. Am Flughafen chaotische Szenen. Verzweifelt versuchen Tausende, sich noch irgendwie an Bord eines Flugzeugs zu retten. In den Tumulten sterben mindestens fünf Menschen. Glückwahlpott berichtet. Was bedeutet die Machtübernahme der Taliban für all die, die anders denken? Was droht Frauen und Mädchen? Die Stadt Ghazni wurde schon am Donnerstag von den Islamisten eingenommen. Ein wichtiges Handelszentrum. Ghazni liegt rund 150 Kilometer von Kabul entfernt und hat etwa 180.000 Einwohner. Katrin Eigendorff berichtet. Gehen wir nach Washington zu Elma Tewissen. Elma, was bedeutet dieses Scheitern in Afghanistan für die USA und Präsident Biden? Danke nach Washington, Elma Tewissen. Die westlichen Staaten versuchen jetzt in höchster Eile ihre Bürger und ausländische Hilfskräfte aus Afghanistan rauszuholen. Die Bundeswehr hat mehrere A400M-Transporter losgeschickt. Sie sollen die Menschen von Kabul ins benachbarte Usbekistan bringen, in die Hauptstadt Taschkent. Sie ist als Drehkreuz für die Evakuierungen vorgesehen. Von dort geht es weiter nach Deutschland. Thomas Reichert. Fragen wir Theo Koll in Berlin. Wie konnte es passieren, dass die Lage in Afghanistan so falsch eingeschätzt wurde? In Theokoll war das. Wer sind die Taliban? Diese selbsternannten Gotteskrieger, die so viel Angst verbreiten und die es geschafft haben, die internationalen Truppen zu zermürben? Luton Leinhoos hat Antworten. Mehr zur Lage in Afghanistan erfahren Sie direkt nach uns in einem ZDF-Spezial. Nach Haiti. Zwei Tage nach dem schweren Erdbeben ist die Zahl der Toten dort auf mehr als 1300 gestiegen. Besonders betroffen ist die Region im Südwesten des verarmten Inselstaats, rund um das Epizentrum Saint-Louis-du-Süd, etwa 125 Kilometer westlich der Hauptstadt Port-au-Prince. Und jetzt droht auch noch ein Truppensturm. Die Suche nach den Vermissten dürfte damit noch schwieriger werden. Claudia Bates berichtet. Neue Wege geht Baden-Württemberg. Unabhängig von der Inzidenz sind dort seit heute Kontakt. Abzuwarten, ob es Glückstränen werden. Vielen Dank. Wechselhaft und windig, das sind die Schlagworte für die Wetterprognose von morgen. Einzelheiten hat gleich Katja Hornefer. Danach folgt das ZDF-Spezial zu Afghanistan. Und um Viertel vor zehn begrüßt sie Marietta Slomka im Heute-Journal. Danke für Ihr Interesse. Alles Gute Ihnen und bis morgen, wenn Sie mögen. Auf Wiedersehen.